Hätte ich gleich hier bleiben können, ey. Da sind sie. Ein Kostüm. Vor Sonnenaufgang wird auf die kleinen Söldner die Festung am Kastra Praetorio erreichen. Alle von so den Truppen an den Posten auf den Weg gehen, bevor sie Alarm schlagen können. Kein Quadrat Gesundheit verlieren. Ey. Wie die da einfach durchreiten. Ich folge ja schon. Die sind vor allem alberne Rüstung, die sehen genauso aus wie alle anderen Rüstungen, nur in einer anderen Farbe. Ernsthaft? Das muss ich auch noch mal aufmachen. Oder ne, es war ja noch nicht vier. Ich mach nochmal. Ich folge. Ich mach mich. 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 Wir müssen dem Weg der Patrouille folgen. Wenn wir abweichen, wissen die Männer des Barons, dass etwas nicht stimmt. Der Baron glaubt, Cesare lässt die Franzosen über Italien herrschen. Ja, aber ich weiß doch nicht, welchem Weg wir folgen müssen. Und wenn er in seinen Adern sieht, sieht er den Wald vor lauter Bäumen nicht. Was immer der Franzose glaubt. Cesare will selbst König sein. Ach so, weil ich entdeckt wurde oder wie oder wie oder was? Wir müssen dem Weg der Patrouille folgen. Wenn wir abweichen, wissen die Männer des Barons, dass etwas nicht stimmt. Der Baron glaubt, Césarée lässt die Franzosen über ihn. Pflegeperlen sind geblattet von der Fischenzöne, die Blut in den Hader sind. Die hier sind falsch oder mehr. Oh! 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 Weitere Truppen vor uns. Ich nutze nur feinste Wolle, Seide und Leder. Der Plan ist allianz, aber ich mag es. Gleicherlei kniffe nicht. Ich glaube an saubere Kämpfe, mit denen der beste Gewicht. Cesar und der Baron bevorzugen einen anderen Stil. Es wird der Tag kommen, da Männer sich nicht länger knäpfen. Und an diesen Tagen sehen wir, dass die Menschen nicht in der Lage sind. Das kommt mir bekannt vor. Das hat euer Vater. Geh du. Er hat noch jemanden verletzt. Sieht eher riskant aus. Beata, werdet ihr sehen? Rettet den Todnehmern. Okay. Hier drüben, Ezio. Ich sollte noch ein bisschen geduldiger sein, damit diese Typen da mich nicht sehen. Ne, die haben mich ja gesehen, aber die wussten ja nicht, dass ich irgendwas mache. Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Steht's zu Dienst. Nach euch. Erledigt sie, bevor sie angreifen. Ich will doch nicht meine Begleiter angreifen, liebes Spiel. Muss ich noch mal auf wirklich ein paar Missionen machen, damit wir ein bisschen mehr Synchronisationen reinkriegen. Nö. Langlöme Volkreich, das reicht also aus, wie man dem glaubt. Ich habe ein paar Franzosen in Firenze. Macf 1995 Mö. Ich habe einen Tag. Ich habe zwei Kräste, die sie craftigte. Ich habe deine Idee, sie streben, die ich versen kann. Ich bin fertig. Ich bin fertig, ich bin fertig aber nicht. Ich bin fertig. Es hat mich zusch zwykert. General Dalviano, anscheinend habt ihr ein Einsehen. Lasst den Unfug! Gib mein Weib frei! Welch Anmaßung von einem Mann ohne einen Titel im Namen? Mein Name ist sein Geld wert. Einer dagegen ist nur gefälscht. Comment osez-vous? Glaubst du, ein Heer zu führen macht dich schon zum Edelmann? Edel ist es, an der Seite des Heeres zu kämpfen. Nicht eine Frau zu entführen, um der Schlacht zu entgehen! Lasst ihr Glocken wachsen und gib mein Weib frei! Ihr Wilden lernt es nie. Na komm! Na komm! Ich würde gerne im Gebiet bleiben, aber die drängen mich hier gerade weg. Barone der Valois überwältigen, eliminieren. Die müssen weniger als fünf Minuten beenden. Komm schon, das müsste ich ja wohl schaffen. Nein! Nicht in den Kampfmodus wechseln. Ich würde mir gut vorstellen, dass er hier ist. Ja! So, du juckst mich nicht mehr und du mich jetzt auch nicht mehr. Hallo? Ach so, weil ich jetzt gesehen wurde, kann ich das nicht machen. So, jetzt aber. Ja, was anderes kannst du nicht unentdeckt eliminieren. Hoch. Hoch. Ja, okay, ich habe ihn schon tot. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Du kommst hier runter. Etzio. Du machst sonst immer sonst was für Sprünge. Wenn du es immer machen sollst. Nee. Ich wollte nur Respekt. Respekt wird verdient, nicht vererbt oder verkauft. Vielleicht habt ihr recht. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin dann. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Das ist ja. Das ist ja, das ist ja. Wieder. Ohne dich war ich verloren. Wirklich? Aber du hast mich doch gerettet. Ezio hatte einen brillanten Einfall. Hatte ich nicht. Es war die Idee eures Mannes. War es? Du bist mein Prinz. Den Titel muss ich mir verdienen. Wirst du? Hab Dank. Wenigstens da noch mal 100%. Sequenz 6 beendet. Vergesst Paris. Der Schlüssel ist so boh. Wenn ihr nach fairen Preisen führt. Bringt mir alles nur nicht. Ich bin hier, falls ihr nicht brauchen sollt. Okay, aber Munition muss ich wieder. Wir haben eine Etappe. Glitter kommt wieder. Heilung. Mir fehlen noch Tomaten. Das war's. Kommt jederzeit wieder zu mir. Wir reparieren und ändern ein Tauchten. Fensterflügels. Fluchten auf dem Weg. Wir reparieren. Dieses entzückende Ritter. Fehlt mir noch einiges. Hier holen wir uns mal ein teueres Gemälde. Okay, da fehlt mir noch eine Menge. So. Ich würde eigentlich gerne noch mal zurück zur Burg gehen. Für die Glyphe. Okay, ist dann auch wirklich da drin. Oh, imbecile! Wir machen jetzt wieder die Rüstung hier. Hier ist uns nischt. Der Fall ist es so schlimm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ne, das ist eine Bank Ich habe keine Ahnung, wo die Glyphe ist Da ist... Ah, da ist sie! Das ist ja jetzt Glyphe Nummer 9, ne? Die vorletzte Laden Sie hören uns zu mit diesen Fahrzeugen, die schneller sind als Rennwagen Also die Leitungen, oder... Laden? Ich weiß, dass du da bist Ich-ich-ich-ich-hause Und wieder eine Telefonaufzeichnung Und dann nochmal so Ja... Fahr mal ran Was ist los, Gary? Ich will allein mit dir reden Du weißt doch, dieses CAE-Zeug für mein neues Buch Über diese Firma? Es ist viel größer als ich dachte Bilderberg ist nur eine Ablenkung Ich werde dir einen Namen nennen Abstergo Keine Ahnung, was das ist Eine Schattenfirma Sie tauchen nirgendwo auf Keine Aktien, nichts über den Vorstand Aber ihre Mitglieder haben Holdings in anderen Firmen Coke, Kraft, die Pharmaindustrie Detroit, Wall Street Quasi jede Firma ab einer gewissen Größe hat Verbindungen zu Abstergo Und? Sie sind dabei, die ganze Welt zu übernehmen Sie haben auch Leute in der Regierung Hör zu, ich muss das einfach irgendjemandem erzählen Ich hab meine Nachforschungen geheim gehalten Aber ich halte es nicht mehr aus Was wirst du jetzt tun? Das Buch Es wird davon handeln Glaub mir, wenn es im Handel ist, wird jeder davon erfahren Fahrzeugmonitoring-System beendet Hallo, D Sag dem Hauptquartier, dass ich eine Situation abgehört habe Nichts Ernstes, aber jemand muss sich um ein Sicherheitsrisiko kümmern Perfekt Und Glückwunsch zur Beförderung Mach weiter so Laden Dunkelreiter nähert sich Bischof und Nah Sie kann nicht auf dem Pfad der Tugend hören Aber auf der benachbarten Flanke siehst du das Weiße in ihren Augen So Laden Quarantänezone Das Volk ist wie die See Rasend und unvorhersehbar Deshalb haben wir Mauern errichtet Ich sehe keine Mauern Nicht Quarantäne aufgehoben So Jetzt höre ich mir noch die Kiste Die Kiste denn Dann gehen wir doch hier mal wieder unsere Kumpels besuchen O Ich glaube, jetzt mache ich noch ein paar Nebenaufgaben für die Aufnahme. Wenigstens werden mir die Eingänge immer ziemlich gut markiert. Da unten? Nee, da sagt die Karte, ich bin zu weit unten. Äh! Äh! Ey! Hier komme ich nicht hoch. Wie wäre denn, dass ich das hier gedacht? Äh! Ach, Ezio! Raus aus dem Wasser! Nein! Da lang! Ne, da kann er sich auch nicht dran festhalten. Okay, Leute. Ich kann das noch nicht machen. Weil ich dafür erst ein paar Aquädukte reparieren muss. Damit da Wasser reinläuft. Und durch dieses Wasser kann ich dann da reinschwimmen. Vorher geht es nicht. Oh, ist doch nicht bloß Arbeit. Ottimo lavoro, no? Grazie, misere! Das ist ja ziemlich das einzige Aquädukt hier in der Nähe. Dann muss ich halt hier noch weiter reparieren. Damit dann das Wasser hier durchkommt. Dann kann man ja eigentlich hier mal so rumgehen. Also das war in jedem Fall das Attentat hier machen. Und den Abstergo vielleicht nochmal angucken. Obwohl ich eigentlich auch echt Lust hätte, hier, ähm, Leonardo weiterzumachen. Wenn ich die Erinnerung denn jetzt mal finden würde. Da hinten. Die wird mir die ganze Zeit so angezeigt, als wäre die voll nah. Dabei ist die da hinten irgendwo. Wisst ihr was? Wir machen den Leonardo mal weiter. Wir können unsere Hilfe sicher machen. Nehmen wir da hin. Da. Nein. 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 Wenn du dasierst. Und dann kannst du es ja nicht sagen. Und dann kannst du es ja nicht machen. Das war ja nicht so, Schalz. Du bist gut, ja. Wenn du mir nicht so meet, ist ein Glas, Da war, hier war doch auch eine Bank. So, da gucke ich jetzt komplett falsch. Nee. Muss noch weiter in die Richtung. 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 Ach da. Nein! Ist Jo runter da. So. Zuschauer würden bei der Vielteilung von Kriminellen nicht mehr einschreiten, sobald diese festgeschneit wurden. Unser Schafrichter wurde zuletzt durch die überstürzte Entschuldung von... Herr, 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 Pilger sollten nach Einbruch der Dunkelheit die Brücken der Stadt meiden. Jüngste Unruhen zwischen Bandsen bewaffneter Jugendlicher haben schon Todesopfer unter unseren bläubigen Besuchern gefordert. In einigen Reonen sollten bestimmte... Ihr kommt wegen des Gemäldes? Ja, Patrizio. Na, guck mal einer an, ich bin sehr gut ausgestiegen. Du kriegst jetzt ehemaligen Liebhaber Patrizio verfolgen, das Gemälde von Leonardo zu finden. Bei der Verfolgung nicht die Dächer nutzen. Ein wunderliches Aufkommen von Leichtmünzen sorgte für Aufruhr in der Stadt. Die Räte der Räten und die meisten Läden der Gilde-Mitglieder besitzen die nötigen Wagen, um die Echtheit der Münzen zu überprüfen. Die Straßen für Fälschung offizieller Münzen sind äußerst hart. Eine Wahl nun an alle, die die wohlführende Wirkung der Parallschwälung von Herrn Pilger suchen. So, ja, wie komme ich da jetzt am besten durch? Wieso kommen die denn jetzt hier durch? Hä? Wir nehmen es gern in unsere Sammlung auf. Wie vereinbart wartet der Meister in eurem Palatz, um es in Empfang zu nehmen. Dachte sie, das Geschenk würde mir gefallen, nachdem sie einen anderen wählte? Die Wege von Mann und Frau sind verworren. Aber Hermes lehrt uns, dass durch Sorgfalt und Studium beide in Harmonie leben können. Offenbar seid ihr nie einer Frau wie Lucrezia begegnet. Die Wege von Mann und Frau sind verworren. Die bösen, bösen Turken. Was besser? Bleib sofort stehen! Elend, elend, elend. Woher kommt es hier? Alter! Warum kommen die mir denn jetzt hinterher? Verpfeift euch! Ja gut, dann hier. Ziemlich aus den Augen verlieren, ihr seid lustig. Was ist los? Verdammte Bauern! Komm mit mir! Ja, entdeckt! Ich darf hier die Dächer nicht nutzen. Aber wie soll ich da sonst durchkommen, ohne dass mich alle zwei Meter in er entdeckt? Da oben ist er. Ja gut. Ja gut, ja gut. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich erinnere an, wo die auch lang latschen. Vorhin sind die ganz andere Wege gelaufen. Es ist doch unmöglich hier. Die sind vorhin ganz andere Wege gelaufen. Ach ne, da ist der zweite Dach gerade. Hä, das war doch nur noch... Warum ist jetzt noch einer? Mina! Wollt ihr den Handel abschließen? Natürlich. Diese Frau verführte mich mit gespielter Leidenschaft. Das Problem ist ihr spanisches Blut. Ich weiß es. Diese Unwahrheiten, die ihr so gelassen aussprecht, basieren nur auf Namen. Diese Länder, diese Gruppen sind so leichte Ziele für die Narren und die Tumpen. Sagt das ihr, der großen und mächtigen Duchessa. Putana! Ich habe es mir überlegt. Dieses verfluchte Gemälde sollte niemandem gehören. Nimm das Bild und suche nach Hinweisen. Und pass auf. Es wurde von den Händen eines sehr klugen Mannes erschaffen. Na toll, die sind mit dem Leo schon auf die Spur gekommen. Ich habe es mir überlegt. Nein, nicht hochnehmen. Dann mach doch! Ekonor! Fack den! Zwei! 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 Die Pohralia wird die kürzlich begangenen Übergriffe nichts länger dulden. Seid gewahrt! Ja, ich will ja viel. Ach, die ist wirklich drin, die zersticht mich hier schon wieder. So, zwei von fünf Gemälden haben wir. Ich will auf jeden Fall die Christina-Erinnerung nochmal machen. Wir gehen hier hoch und machen die Kortisanen-Mission nochmal und dann gehen wir runter zu Christina. Ach. 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 Lage. Rodrigo tauscht Gefälligkeiten mit ausländischen Botschaftern aus und er wünscht Informationen, die ihn zu euch führen. Ich werde einen der Botschafter treffen. Er wird Auskünfte verlangen, die ich ihm nicht gebe. Er könnte gewalttätig werden und deshalb möchte ich, dass ihr in der Nähe seid. Okay. Botschafter zu seinem Treffen folgen, um die Pläne der Botschafter aufzudecken. Das Ziel mit der versteckten Klinge eliminieren. Das Konzil erinnert alle Chislazini, dass öffentliche Trunkenheit und Wolllust nur an Festtagen und auch nur in bestimmten Grenzen honoriert werden. Die Heiligen mögen eure Inbrunst gutheißen. Das Konzil aber nicht. Der zutiefst verehrte Heilige Vater hat das Vorhaben abgesegnet, die Mieten der kirchlichen Besitztümer im Bezirk zu erhöhen. In solch unsicheren Zeiten muss die christliche Kriegskasse stets gut gefüllt sein. Mein Liebster kommt bald von seiner Geschäftsreise zu. Geschäftsreise also. Ich habe wieder begonnen, die Tochter des Nuntio zu umwerben und sie hat auf mich gewartet. Natürlich hat sie andere verehrt, aber ihre Briefe stimmen mich zuversichtlich. Bin ich... Was soll das? Was soll das? Oh! Untertitelung. BR 2018 Das war's für heute. Die Milcher werden gesehen, alle Rundfälle. Ein Hinweis an alle Spanzen. Schau, schau, schau! Okay. Warum geht das so schnell? Ich komme doch so schnell da gar nicht hoch. Ich soll ihn ja mit der... Ja, jetzt kann ich mich zum Beispiel noch gar nicht bewegen. Grazie Ezio. Mein Vertrauen war gerechtfertigt. So, dann gehen wir noch Christina machen und dann machen wir wieder Schluss für heute. Ja, genau, genau. In dem Moment drehen sie sich um. Jetzt wollte ich mich doch aber verarschen. Raus! Raus! Mein Gott! Also manchmal, Ezio, glaube ich, du machst das mit Absicht. Letzte Woche habt ihr euren Bruder... ...und dann gehen wir mal mit dem Schaden. Die Technologie Ordini veranstaltet an diesem Samstag Feststuhl in der Ebene vor San Paolo Fuori Lemura. Den Siegern winken die höchsten Preisgelder auf. Hier draußen sollst Ruby für die besten Kavaliere! Hey, Zeio! Was tust du hier? Ich kam gerade nach Florenz zurück. Schau dich an. So schön wie eh und je. Aber... Aber Ezio, es... Es ist zwei Jahre her. Und ich habe nur an dich gedacht. Aber Ezio... Was ist denn? Ich bin verlobt und werde heiraten. Dadam! Mein Vater drängte mich zu einer Entscheidung. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Es ist Manfredo! Er wird ihn umbringen! Wer? Ein Kerl, an dem er Geld verlor. Er hat ihn zum Ende der neuen Brücke gezerrt. Wer zur Hölle ist Manfredo? Mein Verlobter! Dadam! Christinas Verlob Manfredo vor den Spielern retten. Das tut weh. Ja, aber wo sie einen Punkt hat, ne? Ezio ist halt gegangen. Und es sah nicht so aus, als ob er wiederkommen würde. Was soll sie denn machen? Ihr Leben lang alleine bleiben? So läuft das meistens auch nicht, Ezio. Ich habe nur an dich gedacht. Also Katharina gab es da noch nicht. Ich kann meine Waffen nicht wechseln, ne? Ich wollte euch das Geld heute geben. Aber eine Zahlung kam zu spät. Hab ihn gefunden! Da! Grazie, Signore. Ihr wisst nicht, wie knapp. Oh, ey! Wartet! Was tut ihr denn? Liebst du sie? Was? Ob du sie liebst? Christina! Die Frau, die du heiraten sollst. Ja, das tue ich. Ich schwöre es. Tötet mich jetzt und ich sterbe voller Liebe zu ihr. Du wirst nie wieder spielen, verstanden? Niemals, Signore. Du wirst ihr ein guter Ehemann sein. Oder ich spüre dich auf und bring dich um. Das war deutlich. Dafür habe ich gesorgt. Er hat wahrscheinlich gehofft, dass er ihn umbringt. Was? Ein Hinweis an... Ja. Ich hätte sie irgendwie so ein bisschen drauf gehofft, dass er einfach zulässt, dass ich ihn beumbringe oder sowas. Gut, Leute. Dann mache ich jetzt hier einen Cut. Dauert alles wieder lang genug. Dann sehen wir uns hier das nächste Mal wieder bei Assassin's Creed Brotherhood. Tschö.